Es waren einmal zwei Töchter, die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul, die in das sagenhafte Reich von Frau Holle gelangen. Komm mein Kind und geh nach Haus. Ich führe dich zum Tor hinaus. Und deine Arbeit, deine Mühe will ich dir lohnen. Der zeitlose Märchenklassiker, erstmalig in HD aufgearbeitet. Frau Holle in der großen Gensho-Märchenfilm-Reihe.